Herzlich Willkommen Party People Haben noch mal ein Level abbekommen Dann knallen wir jetzt erstmal in den Leben rein So, fertig Ja, das setzt mir, wie gesagt, das setzt sich mal irgendwann nochmal zurück Wenn ich bessere Ahnung habe, was ich überhaupt skillen will Da bräuchte ich halt mal so ein paar Waffen oder Zauber Vielleicht steige ich ja noch auf Zauber um, ne? Who knows, who knows Das ist ne tolle Waffe für Resistenzen Äh, ne Maske Ein Blutflucher Ein Ring, der dauernd einen Stinken Flüssigkeit abgibt löst gleichzeitig Gift und Blüten aus Seh ich nicht Tja Hm Seh ich nicht Soll ich ne mal eine hier warme Karte, ne? Ob hier ist noch nicht ganz Was? Gut, das hat mir von Rinder gestoßen Merkwürdig ruhig, wenn man nicht im Schattenreich ist Das ist keine Gegner Das ist keine Gegner Warte 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 Das ist ein Gift, Leute Ist halt ein Gegner, ne? Gehen gleich den richtigen Pfad lang, Leute Warte Hier ist allerdings ein Spieler gestorben Wäre meine Aufgabe zu rächen Angst, dass es hier Fake Kisten gibt, wenn es schon Fake Items gibt Anhänger der Last Lass mich raten, wird man der Last Ein Anhänger aus mehreren Klauen und einem Kleinen moosbewachsenen Schädel Verursacht mit jedem Statuseffekt, der einem Feind zugefügt wird Zusätzlichen Schaden Die Art von Last Ok Zeilen sind mir Verzeihen sind mir Zeilen sind mir Oh Weiß nicht warum ich nur so Probleme habe sich rundes zu treffen Einfach So, ich will halt noch zu dem Lagerfeuer. Oh, hier haben wir doch schon mal, ja, hier haben wir doch schon mal, ich erinnere mich wieder. Ja, das ist erledigt. So, jetzt ist mein Waffe vergiftet, aber nichts um das Gift loszuwerden. So, wir gehen jetzt, Leute. Haben wir, glaube ich, von dort gerade. Wir mischen sie auf den nächsten Checkpoints. Genau, hier sind wir wieder auf Track, Leute. Eine Karte. Was? Whatever it is, ich war zu langsam dafür. Dort hinten irgendwo ein Checkpoint. Was ist da oben? Da oben einer. Oh no. Ich versuche hier gerade irgendwie nicht drauf zu gehen. Das war leider kein Checkpoint. Ein durchdringendes Licht war das. Ja, wir nehmen da hinten den Checkpoint. Wir haben gerne wieder den ganzen Weg dort hier hinlatschen wollen. Wir kommen jetzt bei den Sand jetzt aus, als wären das neue Gegner. und sagen, ich weiß nicht, was sie können. Wir gehen mal links. Links geht's nach Kallrad. Also, das ist aber eine fette Festung hier. Warte, hin geht's rechts in diese Stadt. Oh Gott. Na gut. Der will nicht mehr gehen, Leute. Das ist wirklich nicht. Da haben wir noch ein bisschen Probleme mit der Steuerung. Vor allem mit dieser Schuss Laterne hier. Au. Ich sehe was. Ich sehe was. Mein Gott ey. Nerf die Scheiße. Ich habe die nur ein Viertel Leben abgezogen. Wir gehen erstmal rechts rum, Leute. Das habe ich generell das Problem, glaube ich. Dass ich die Boss in dem Spiel irgendwie kein Damage mache. Wie gehe ich denn eigentlich alle Hotshots? Ich sehe. Das war's für heute. Ich weiß nicht, was ich jetzt das hier machen werde, würde ich einfach machen. Wir gehen erstmal nach Kalraff. Ich probiere den Boss mal einen anderen mal. Ich probiere den Boss. Ich probiere den Boss. In dem Namen von Aureus, du... Guds, 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 Guds. Das ist all you people talk about. Aureus this and dear that. You have no vision, no ambition. Just so desperate to be ruled. Well, despite what so many think, we have never needed gods to guide humanity. Only the right man for the task. Who are you? The future you won't leave to see. This is Sparta. Oh. Und unten-sch Wieder-ein-ged-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed. Geh dich. So läuft das also, ja. Oh, 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 oh. So close würde ich sagen. Oh, 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 oh. Ich habe Angst, hier ist mir Wunder zu fallen. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay, gehen wir mal weiter. Gott sei Dank, ey. Ah, ein Regen, der mit Blut seinen früheren Träger befleckt. Es wirkt Strahlen, Zauber und anderen Kotelisatoren. Zum Beispiel für die Gegner. Einfach alles weg tanken hier. Ja, dann passt er schon. Will ich das jetzt jedes Mal spüren, äh, spüren müssen? Jetzt Roy's Schwert. Ein langes, ein langes Schwert. Ja. Macht 100% Bluetooth schon. Es kann nicht wahr sein, Leute, dieses Spiel. Es mobbt mich nur. Boah. Eine ganze Heilung ist verloren, ey. Einfach weg. Einfach weg. Okay. Oh, es gibt sogar stärkere Steiger. Lass mal einen so größeren nehmen. Ich habe nichts mehr in der Decke. Ich habe nichts mehr in der Decke. Gut. Ich habe nichts mehr in der Decke. Gut. Das ist das. Aber hier ist wieder er. Bloß ein Checkpoint. Wenn ich hier unterspringe. Ah, ich hab ein Hammer. Jetzt geht's da noch hoch. Ich weiß nicht, dass wir den Weg wieder gehen. Hey. Wie geht's? Name ist Drustin. Hey, guck auf das. Du bist ein Lampi, wie ich. Na, das kann uns jetzt, wenn wir diese haben. Wait, bis Melchior sieht mich. Ich werde meine eigene Hände zurück und zurückkommen. Und er wird nicht glauben, seine Augen. Melchior? Er ist mein Bruder. Er ist ein Witziger Mann. Er hat Drogons, Giants und Eberwisards und allsorts. Er hat uns nur die Hände zurückgefallen. Er hat uns nur die Hände zurückgefallen, weil sie verletzten. Ich schraubte, und habe einen Knochen auf der Knochen. Und als ich aufgewacht bin, Melchior war weg. Und er würde mir nie verlassen. Er hat mich nie verlassen. Er hat ihn. Aber nicht zu bemerken. Ich werde ihn zurück, und werde ein Hero, wie ihn. Ich werde bald wieder zurückgehen. Okay. Ist hier unten ein Checkpoint. Fuck für ein Freund. Es sind auf jeden Fall eine Menge Gegner. Dann müssen wir zwei Leitere, unser letzter Checkpoint verschwinden. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und somit auf Wiedersehen. So, es ist auch das schwach. Ich habe ein Urteil, wo es also schon aussieht. Vielen Dank.